Der Törn- und Sportverein Hartberg ist ein österreichischer Sportverein aus Hartberg in der Steiermark. Deren Fußballabteilung 2009 Meister in der drittklassigen Regionalliga Mitte wurde und seit der Saison 2019 in der zweitklassigen Ersten Liga spielt. Zu den weiteren Sportarten im Verein zählentunen Judo, Karate, Leichtathletik, moderne Sportgymnastik, Radsport, Schach, Ski, Squash und Tischtennis. Geschichte Der Verein wurde am 29. April 1946 gegründet. Nach längerer Zeit in den steirischen Unterklassen schafften die Oststeirer unter dem Teamsponsor Sparkasse Hartberg schließlich 1978 den Aufstieg in die steirische Landesliga. Aufgrund der immensen Heimstärke galt der TSV Hartberg lange Zeit auch als Karp-Spezialist, der öfters höher eingeschätzte Mannschaften zum Stolpern brachte und aus dem Cup warf. So in der Saison 1986-1987, als man es bis ins 16. Finale des ÖFB-Cups schaffte und vorher den Wiener Sportclub mit 1 zu 0 eliminierte. Eine Saison später, 1987-1988, wurde man erstmals Meister in der steirischen Landesliga. Belegte in der Relegation gegen den Kärntnermeister Wolfsberger AC und den oberösterreichischen Meister SV riet den zweite Platz, welcher für den Aufstieg nicht berechtigte. Wiederum eine Saison später, 1988-1989, wurde der TSV Hartberg kurzzeitig österreichweit bekannt, da man als Landesligist sensationell bis ins Viertelfinale des ÖFB-Cups aufstieg. Auf dem Weg dahin bezwang man in der zweiten Runde den SV Feldkirchen mit 2 zu 1. Im 16. Finale den Erstdivisionär SK Austria Klagenfurt mit 2 zu 1 und im Achtelfinale den Zweitdivisionär SV Spittal Rau mit 2 zu 2 und 8 zu 7 im Elfmeterschießen. Im Viertelfinale schied man dann gegen den Erstdivisionär SV Austria Salzburg mit 3 zu 3. Die Hartberger führten bereits 1 zu 0, 2 zu 1 und 3 zu 2 und 4 zu 5 im Elfmeterschießen aus. In der Saison 1989-1990 wurde TSV Hartberg zum zweiten Mal Meister in der steirischen Landesliga, scheiterte aber erneut in den Aufstiegsspielen gegen den mittlerweile abgestiegenen Wolfsberger AC und SV Riet. Die Heimniederlage gegen die SV Riet war die erste nach mehr als zwei Jahren. Nach vier durchschnittlichen Saisonen in der steirischen Landesliga wurde Sparkasse Hartberg in der Saison 1994-1995 zum dritten Mal Meister der steirischen Landesliga und somit gelang dem Team der lang ersehnte Aufstieg in die mittlerweile als dritthöchste Spielklasse Österreichs wieder gegründeten Regionalliga Mitte. Im selben Jahr erreichte die Mannschaft unter Gerald Gampal sensationell das Halbfinale des ÖFB Cups, indem sie dem DSV Leoben knapp mit 0 zu 1 unterlagen. In der darauffolgenden Saison 1995-1996 schafften die Hartberger als Aufsteiger den Meistertitel der Regionalliga Mitte und damit den Durchmarsch und direkten Aufstieg in die zweite Division stiegen zwei Jahre später aber als Tabellenhälfter aufgrund einer Reform der Liga und obwohl man den Klassenerhalt eigentlich geschafft hätte, wieder ab. In der Saison 1998-1999 still wurde man postwendend wieder Meister in der Regionalliga Mitte, Da mittlerweile die zweite Division in erste Division umbenannt wurde und auf zehn Vereine reduziert wurde, musste man eine Berosch gegen den Meister der Regionalliga West, die WSG Swarovski-Wattens, spielen. In diesen Aufstiegsspielen unterlagen die Hartberger mit 0 zu 2 daheim und 2 zu 3 auswärts und blieben so der Regionalliga Mitte erhalten. In der Saison 2005-06 fixierte die Mannschaft drei Spieltage vor Schluss erneut die Meisterschaft der Regionalliga Mitte und schaffte damit, nachdem diese Liga auf zwölf Vereine aufgestockt wird, direkt den Aufstieg in die erste Liga. Der TSV stieg nach nur einer Saison sofort wieder ab und spielt ab der Saison 2007-08 wieder in der Regionalliga Mitte. Am letzten Spieltag der Saison 2008-09 gelang dem TSV der erneute Aufstieg in die zweitklassige erste Liga. 2009-10 gelang mit dem neuen Platz erstmals der Klassenerhalt. Dieser wurde in der 31. Runde fixiert. Als der TSV Hartberg 1 zu 1 gegen den SC Rheindorf Alltag spielte und der First Vienne FC 1894 gegen den späteren Meister FC Wacker Innsbruck 1 zu 0 verlor. In der Saison 2010-11 konnte man im FB Cup nach Siegen über den SV Seekirchen sowie den SV Sierning ins Kap-Achtelfinale aufsteigen. Dort bekam man den SC Rapid Wien zugelost. Dieses Spiel verloren die Steirer aber klar mit 0 zu 3 Toren. In der Saison 2011-2012 kamen die Hartberger unter Trainer Kurt Gagern nicht in Schwung und rangierten nur am Tabellenende. Auch ein Trainerwechsel zu Walter Hörmann brachte nicht den gewünschten Erfolg, so dass die Steirer die Meisterschaft als Schlusslicht abschlossen. Dadurch schien der Abstieg in die Regionalliga Mitte besiegelt. Nachdem Lasklinz seitens der Bundesliga die Lizenz verweigert wurde, erhielt Hartberg die Chance. In zwei Relegationsspielen gegen den Grazer AK den Erhalt der ersten Liga zu sichern. Die Hartberger erreichten auswärts ein 0 zu 0 und führten im Heimspiel bereits mit 3 zu 0, als GAK Hulings in der 76. Minute den Platz stürmten. Damit war der Klassenerhalt geschafft. Erfolgreicher war der Verein im FB Cup, wo er im Viertelfinale auswärts den SK Sturm Graz ausschaltete. Erst im Halbfinale war für die Hartberger gegen den späteren Cup-Sieger FC Red Bull Salzburg in Station. Der erst im Sommer 2012 engagierte Trainer Andreas Morigl der Walter Hörmann nachfolgte, wurde am 15. Oktober 2012 durch den langjährigen ÖFB-Nachwuchstrainer Paul Glütowatz ersetzt. Die Hartberger belegten in der Saison 2012 13. den 9. und damit vorletzten Platz. Ersparten sich aber die Relegation wegen des Lizenzentzugs des FC Lustenau. Trainer Paul Glütowatz verließ nach Ende der Saison die Hartberger und wechselte in seine burgenländische Heimat. In der Saison 2013 14. schlossen die Steirer die Meisterschaft mit dem 8. Platz ab und konnten sich somit unter Trainer Bruno Friesenbichler den Klassenerhalt sichern. Die Vorbereitung auf die Saison 2014 15. verlief freilich mehr als turbulent. Nur rund ein Monat war der Bosnieri V. O. Istok im Amt, der am 17. Juni 2014 mit der kuriosen Begründung entlassen wurde, dass er der deutschen Sprache nicht mächtig sei. Ihm folgte sein Vorgänger Bruno Friesenbichler als neuer Trainer. Neuer Obmann des Hartberger Fußballclubs wurde Jürgen Rindler. Im Oktober wurde dann der eigentliche Grund für die Rochade bekannt. Der TSV Hartberg hatte einen Sponsorendeal eingefädelt, der den Verein in Schwierigkeiten brachte. In den Deal war auch Trainer IV O. Istok involviert. Anstatt ursprünglich angekündigter Mittel von einem Sponsor aus Aserbaidschan hätte Istok mittels massiver Spielmanipulationen Gelder einspielen und damit Spieler Neuwehrpflichtungen möglich machen sollen. Das Bundeskriminalamt BKS und die österreichische Bundesliga wurden verständigt. Aufgrund des geplatzten Sponsorenabkommens fehlten dem Verein 200.000 Euro in der Kasse. Dafür musste die öffentliche Hand Geld vorstrecken. Allerdings muss Hartberg die genannte Summe zurückzahlen und zwar durch eine Streichung der Landeszuschüsse. Vereinsleitung Präsident Bürgermeister Kai Peck Obmann und Geschäftsführer Jürgen Rindler Obmann-Stellvertreter Erich Kauerherr Marketing und Sponsoring Johann Gremsel Spielbetrieb Organisation Kurt Riedel Kampfmannschaft Stand 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 14. März 2016 Hartberger Spieler der Vergangenheit Tor Josef König Herbert Oberrisser Manfred Trost Walter Saria Helmut Maurer Thomas Musa Jürgen Kinnbauer Markus Feuerfeil Ernst Mört Abwehr Josef Koch Horst Oberkopfler Harald Noll Günter Klampfel Michael Zisser Zoltan Astel Gerald Arschen Gustav Koffler Christian Mayer Wolfgang Schwicker Franz Bauer Stoyadin Reikowitsch Michael Koffler Mittelfeld Istven Schäffer Michael Strobl Franz Fuchs Martin Mock Isseit Peck Josef Nagy Herbert Kirchsteiger Reinhold Arschen Peter Mayerhofer Martin Gremsel Daniel Siegel Hermann Wagner Franz Elastorfer Gernot Kolecznik Heimo Jani Wolfgang Luisser Jürgen Wurzinger Wolfgang Eder Markus Krautberger Gernot Kulis Daniel Petric Markus Slatnik Angriff Wolfgang Wagenhofer Franz Groenditz Alois Höde Anton Gänseberger Kurt Hirschhofer Ludwig Tuba Janosch Glember Jani Sanko Jadran Sejwig Thomas Wagner Erfolge 3x Aufstieg in die zweite Division 4x Meister der Regionalliga Mitte 3x Meister der Landesliga Steiermark ÖFB Cup Halbfinale ÖFB Cup Viertelfinale 1989 Stadion Die Heimspiele des TSV Hartberg finden in der 2006 erweiterten Pro Fertil Arena statt, welche für 4.500 Besucher kommissioniert ist. Sektion Volleyball Am 25. Januar 1985 wurde beim TSV Hartberg die Sektion Volleyball gegründet, deren 1. Damen- und Herrenmannschaft in der jeweils höchsten Spielklasse Österreichs spielen. Am 8. Juni 2000 wurde die Sektion per Vorstandsbeschluss in einen eigenen Verein, den TSV Hartberg Volleyball ausgegliedert.